Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Simpsons Springfield. Heute hoffentlich mal wieder mit Originalton, die letzten drei waren ja schon wieder nachvertont. Und dann wollen wir mal gucken, wieso kriege ich jetzt eigentlich schon wieder keine Überraschung? Naja, was uns heute so erwartet in unserem Dörfchen, nachdem wir gestern den Dudes Musikladen gebaut haben. Tja, gute Nacht, Mo. Nicht vergessen, mindestens zwei Drinks. Richten Sie jetzt damit, hier keine Waffe auf mich. Oh. Ich bin vielleicht nicht auf eine ihrer dollen Ostküstenbargeber-Schulen gegangen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es legal ist, jeden umzulegen, der nicht die Mindestanzahl Drinks bestellt. Ah, okay. Die beiden mögen sich. Ja, ja. Machen wir mal weiter, machen wir mal weiter. Das Geld fliegt in Strömen. Und übrigens ist hier jetzt unser Kingdudes Musikladen. Jetzt werde ich auf der Talentshow nicht mehr so grässlich klingen. Dieses Jahr gewinne ich das College-Stipendium über 10 Dollar. Hm, das ist ja viel. So. Ähm, pippa, pippa. Ja, jetzt müssen wir hier mal fertig machen. Okay. Falls ich ein bisschen, äh, lustlos klinge, ich hab grad schon meine 30-minütige Uni-Präsentation für morgen durchgeübt, von daher, äh, hab ich grad schon eine halbe Stunde labern hinter mir und inklusive noch eine Analyse Deutschland-USA gemacht, also ein bisschen gelabert haben wir heute schon. Die renntet hier noch nebenbei, also finde ich mich gleich kurzfristig mal ärgere, dann ist der Rechner abgeschmiert und dann, ähm, ist die, äh, Analyse weg, aber naja, gucken wir mal. Wir brauchen einfach mal, dass es klappt. Und wir machen heute mal eine zügige Folge. Und, äh, Grandpa, alle meine Freunde dachten, dass du was, das ist das Problem der Jugendlichen heutzutage, sie wissen nicht, wie man herumstorziert und sich aufspielt. Gut, und ich mach jetzt heute mal eine zügige Folge. Natürlich, die Leute jetzt einfach alle auf Aufgaben und fertig geworden. Ich hab jetzt heute gar nicht mal so einen Nerv. Wir haben die letzten Folgen ja immer ein bisschen mehr gehabt, 8, 9, 10 Minuten, dann kann es heute mal ein bisschen weniger werden. Ist ja nicht so schlimm, Hauptsache wir kriegen überhaupt hier was fertig. Ich hab hier heute keine, kein Glück beim Treffen hier bei den Leuten. Ah, ja, Sonntagsschule, sagt er, sind auch noch zwei. Ja. Tom O'Flanagan und jetzt noch Wiggum. Mach im Knast was einsacken und jetzt hier Sneak. Und Skinner. Wenn Moe etwas trinken, ja, dann mach doch das. Der ist schon zu Gange. Bleibt noch der Koch. Homer, 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 ja. Theoretisch muss ich jetzt gleich noch, also ich hab eigentlich noch drei Folgen aufgezeichnet, wo aber die Ton bei ist. Die muss ich alle noch quasi jetzt gleich mal nachvertonen, damit wir morgen wieder eine hochladen können. Das ist jetzt quasi die vierte Folge, die wir noch im Lager dann haben, sozusagen. Äh, vielleicht mach ich das auch morgen früh. Mal gucken. Hier ist Tingle Tanglebob. Ja, und wir haben schon wieder 30.000 und können momentan gerade nichts bauen. Ist auch nicht schlecht. Können wir mal ein bisschen was sammeln. Okidoki. So, ich würde einfach mal jetzt sagen, das war dann eigentlich mal eine Mini-Folge hier und die ist jetzt auch sofort wieder vorbei und macht's gut. Ciao. Vielen Dank.